hallo und herzlich willkommen zu einem wetter extra über chemtrails was da erzählt wird dass jetzt irgendwie gift versprüht würde oder dass jetzt damit das klima verändert werden könnte das ist nicht wahr das ist nicht wahr das ist nicht immer ein bisschen problematisch über etwas zu sprechen was es gar nicht was es gar nicht gibt was es gar nicht gibt aber weil es doch ein paar chemtrails gibt es nicht chemtrails gibt es nicht eigentlich nicht ernst zu nehmen früher hätte es das in diesem ausmach nicht gegeben gift versprüht würde aber weil es doch ein paar wir machen ganz viele wolken und dann scheine ich mir so oft die sonne aber das hat nichts mit den chemtrails an sich zu tun das hat nichts mit den chemtrails an sich zu tun natürlich wir machen ganz viele wolken und dann scheine ich mir so oft die sonne aber das hat nichts mit dem chemtrails an sich zu tun wirklich wir machen ganz viele wolken und dann scheine ich mir so oft die sonne aber das hat nichts mit dem chemtrails an sich zu tun chemtrails eine frei erfundene angelegenheit wo kleine aluminium streifen wo kleine aluminium streifen wo kleine aluminium streifen so genannter düppel oder auf englisch chef ausgestreut wurde das sind kleine aluminium streifen das sind kleine aluminium streifen das sind kleine aluminium streifen die macht man in luftwaffen manövern um das gegnerische radar zu stören kollege bublat hat auch mal eben dieses klima experiment was ich vorher beschrieben habe mit den mehr an wolken unglücklicherweise als chemtrail experiment bezeichnet das ist einfach ein redaktioneller fehler einfach des zdf das ist einfach ein redaktioneller fehler einfach des zdf das ist einfach ein redaktioneller fehler einfach des zdf klima eher einen kühlenden eher ein chemtrails gibt es nicht chemtrails gibt es nicht chemtrails gibt es nicht wird es auch nicht geht wird es auch nicht geht wird es auch nicht geht was da erzählt wird dass jetzt irgendwie gift versprüht würde oder dass jetzt damit das klima verändert werden könnte das ist nicht wahr das ist nicht wahr dass ist nicht wahr das ist nicht wahr nur ein bisschen problematisch über etwas zu sprechen ging gar nicht bis das gar nicht gibt es gar nicht gibt keine angst haben, sie müssen keine angst haben die machen zwar mehr worten aber auch das hat einen einfluss auf das klima Sie müssen keine Angst haben. Eigentlich nicht ernst zu nehmen. Sie müssen keine Angst haben. Camp Trails gibt es nicht.